Das nächste Liedl handelt von der Frisur. Das ist jetzt mein neuester Look seit drei Wochen. Ich habe schon ziemlich alles durch. Von Afro bis zum Thema rot-schwarze Haar, links-rot-echt-schwarz. Und in so einem Dörfer-Werbicht drauf ist das gar nicht so einfach, dass man da akzeptiert wird. Und von denen handelt das Liedl, rot-schwarz, drehe ich hoch. Und ist auf YouTube zum Sehen unter Johnny Gess, rot-schwarz. Ja, ich geh ins Wirtshaus, schau mich die Bauern an und lachen mich aus. Wahrscheinlich ist's wegen meiner Matten, rechts-schwarz und links-rot. Kreuz, der schaut ja aus wie der Tod. Mein ist um den Boomschot. Und ich pack mein Klampf und denk mir, ja die Leute sind ja ein Krampf. Aber ich sing ganz laut. Bauern lacken alle gleich, ich schau mich so für euch. Ja, Bauern lacken alle gleich, ich schau mich so für euch. Und ich sing noch einmal ganz laut. Trei-eih, Trei-ei-ei-hock. Ja, Trei-ei-ei-hock. Ich schau eine in die Bar. Huckt jemand zu einer mit Laster. Er huckt ganz allein. nebenbei von den Bauern, die's g'schlohen. Ja, da passt er gut dazu, der Junge, langer Bub. Der Vater war so normal, und's Bier wie Hützer so brutal. Ja, war Ritz noch schon langsam grüge genug, und ich sing noch einmal ganz laut. Bauern, Lackeln, Olli, gleich, isch er mir so für euch. Ja, Bauern, Lackeln, Olli, gleich, isch er mir so für euch. Und der Raster sind auf einmal mit, ganz laut oder zum. Priae, Priae, ho. Äh, Priae, Priae, ho. Äh, Priae, 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 ho. Und die Moral von der Geschichte, Leute, ich sag's ihnen, es geht um die H und ums Gesicht. Ja, es geht um die H und ums Gesicht. Driae, Priae, Priae, ho. Ja, es geht um die H und ums Gesicht. Driae, Priae, ho. Tadschi, tadschi, tadschi. So, für all die, ich war im Juni schon mal da, wegen dem Käse, bei der Käse muss unter die Leute, das war total witzig, übrigens gibt es auf CD, habe ich dabei, liegt Osten auf, Binzgauer Käse, ich verkauf dir, aber ich lege auch, ich glaube, Steuerhinterzieher, jedenfalls hol ich mir da einen Spastel ab, 2011 war es, ich habe mit dem ORF in Kontakt gehabt, bei der großen Chance, zum einen überraschen, beim ersten Mal bin ich weitergekommen, in Innsbruck oben, dass ich überhaupt zu den drei Wahnsinnigen, sage ich mal, vier, glaube ich waren es, vier, zu den vier da nach Wien fahren konnte, wo der Sido eben dabei war, und der Käse hat euch nicht geschmeckt, und das war recht witzig, da gibt es ja so einen, hinten so einen Raum, wo die, die Kameraleute, und da ist ja, und bam, und links und rechts, und Johnny, und was auch so, und interviewen, und so, und dann sehen Sie nichts, und da war so eine Situation, da habe ich recht lachen müssen, das war vorne, außen, ja, interviewen, und da sind drei Leute, gell, gewesen, einer hat so einen ganz, so einen langen Stab gehabt, mit dem Mikro so vorhanden, gell, einer die Kamera, und einer hat sein Stativ, oder was, das war aufgebaut, und dann ist er so da gestanden, und habe mir da eine Frage gestellt, und ich habe die Frage beantwortet, und der hat mich dann gefragt, ob ich glaube, dass es auf der Welt noch eine Sprache gibt, wie Pinzgauisch, und die haben dann gesagt, ja, was ich gehört habe, irgendwo in Nepal drüben, da bin ich recht gleich wie mir, und, ja, das war recht lustig, und dann, eine, bevor da aufgebaut, kommt, und da, eben, da ist mir noch so ein Fahrraum, und da sind die Kameraleute drin, dann habe ich vier Käsbrot hergelegt, auf dem Breedl, mit CDs drauf, und natürlich habe ich eine von den stinkendsten Käsnummern, die es überhaupt gibt, die Kühltasche auspackt, die Jasen raus, und dann, und dann habe ich einen Kameramann, das war so geil, der hat, der hat, der hat einen Schnapper genommen, so, der hat sich gar nicht rausgekriegt, hat einmal geschmeckt, hat einen Satzer gemacht, und, den war alles, das fühlt sich fast, da hat rein, hat sich gestunken, und dann bin ich auf die Bühne raus, und da habe ich einen Kass präsentiert, bis, ja, die Zeit ist getroffen, ist er gegangen, und dann haben sie mich unterbrochen, und ich habe vier Menos gekriegt, das war einfach nicht fernsehtaglich, im Nachhinein bin ich froh, aber ich habe die Erfahrung gemacht, und das war geil.